Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Versus Community Video. Wie immer werde ich euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und am Ende eure Fragen beantworten, wie auch die Frage, ob Lichtschwerter eigentlich Akkus oder Batterien brauchen. Erstmal zu den News der letzten Woche. Natürlich ist da letzten Dienstag Disney Plus in den USA, Kanada und den Niederlanden erschienen und seitdem gibt es schon 2 Folgen von Star Wars The Mandalorian. Für uns in Deutschland kommt Disney Plus allerdings erst am 31.03. nächsten Jahres raus. Dann wurde letzte Woche natürlich auch das neue Spiel Jedi Fallen Order veröffentlicht. Letztes Wochenende habe ich das Spiel sehr lange gestreamt und bin bisher absolut begeistert von Fallen Order. Die Streams lade ich nach und nach auch als Let's Play hoch und die ersten beiden Folgen sind mittlerweile auch schon auf SWB Gaming verfügbar. Wenn euch das interessiert schaut mal hier in die Infokarte rein. Dann gab es noch in der letzten Woche den Bericht, dass Pedro Pascal, der Schauspieler des Mandalorianers, den Namen seines Charakters veröffentlicht hat und er soll wohl Din Duran heißen. Das waren aber auch schon alle News der letzten Woche. Wenn in dieser Woche was Neues passieren wird, werdet ihr das natürlich nächsten Montag in meinem nächsten Community Video erfahren. Und kommen wir damit zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite hochgeladen habt. Patrick hat einen Sternenzerstörer der Gladiator Klasse gezeichnet und von Star Wars 9 Hype stammt dieser Chewbacca. Rico hat einen Arkham gezeichnet und von Peterson und Findus stammt dieses Bild des Mandalorianers aus The Mandalorian. Elias Stern hat einen X-Wing und einen TIE Jäger gezeichnet und von kein Name stammen diese absolut epischen Zeichnungen von imperialen Armeesoldaten. Von kein Name stammt auch noch dieser wirklich coole Sternenzerstörer der Immobilizer Klasse. Leonard hat einen Mock einer Schlacht auf einem von dem Krieg verwüsteten Planeten gebaut. Und von jemand Unbekanntem stammt dieses Mock eines Angriffs auf eine republikanische Basis. Rex 11 hat eine eigene Lego Krennic Figur gebaut. Von Elias Kernbach stammt ein Transportgleiter aus dem Hangar auf Yavin 4. Und er hat auch noch einen Sternenzerstörer in Minecraft gebaut. Genauso wie auch Gandalf. Und von Lego Hero stammt dieser Kampfläufer hier. War Thunder Zocker hat ein Bild in Minecraft von Barriss Ophie und den Klonen gemacht und von Marius stammt diese Rebellenflotte in Minecraft. Stay Fresh hat einen Prokursator Sternenzerstörer erstellt. Von Ender 55 stammt dieser Wolfpack Kürbis. Und eine Ente hat dieses Bild mit dem Namen Diese Party ist vorbei erstellt. Das waren aber auch schon alle Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite sw-basis.de hochgeladen habt. Wenn ihr euch die Kreationen nochmal genauer anschauen oder eure eigenen Kreationen da hochladen wollt, findet ihr die Seite natürlich auch unten verlinkt. Und kommen wir damit wie immer zur Beantwortung eurer Fragen. Und ihr wisst ja, die Hälfte der Fragen stammt von Mitgliedern, wenn diese genügend Fragen gestellt haben. TheRedFox1337 schreibt, welcher Imperator ist wohl mächtiger? Strategisch und taktisch Vorgehensweise? Imperator Palpatine oder Imperator Philippa Giorgio aus dem Spiegel Universum? Aus Star Trek Discovery? Ich muss zugeben, dass es ne Weile her ist, dass ich Discovery gesehen habe, weswegen das hier schwierig ist, den Vergleich zu ziehen. Ich würde allerdings sagen, dass Palpatine durchaus mächtiger ist als Imperator Philippa Giorgio. Aber wenn ihr euch mehr mit Discovery auskennt, haut das auch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. LordOfY1 schreibt, hallo SWB. Meine Frage lautet, weiß R2D2 zum Zeitpunkt von Episode 8 noch alles, was von Episode 1 bis 8 passiert ist? Bei C3PO wurde ja am Ende der Episode 3 der Speicher gelöscht. Gute Frage, im Kanon bin ich mir da nicht zu 100% sicher. In Legends war es so, dass R2D2 da noch ne ganz ganz lange Zeit alle Erinnerungen an die Klonkriege und an die Zeit davor auch noch hatte. Jetzt ist es ja so, dass so Astromechdroiden vor allem dann eigene Persönlichkeiten entwickeln, wenn ihre Speicher nicht regelmäßig gelöscht werden. Diese regelmäßige Löschung der Speicher ist eigentlich wirklich vorgesehen, dass die so mindestens einmal im Jahr gelöscht werden, das ist bei R2D2 jetzt allerdings nicht passiert, weswegen er auch so eine ausgeprägte Persönlichkeit hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da die Erinnerungen noch hat, sicher bin ich mir aber nicht. TheBleaker schreibt, haist aus Basis, glaubst du Vader wäre ein besserer Imperator als Palpatine gewesen? Wie immer super Video, viel Erfolg noch auf Youtube. Danke dir und ich glaube nicht, dass Vader ein besserer Imperator als Palpatine gewesen wäre. Denn Palpatine ist definitiv der Politiker und der Strippenzieher, während Vader eher der Vollstrecker ist. Palpatine hatte den Senat der Republik und später des Imperiums vollkommen im Griff und dann später auch seine Gouverneure Moffs und Großmoffs. So politisch erfolgreich wäre Vader denke ich nie geworden. Patrick Star schreibt, wie sah der Tagesablauf des Imperators aus, der kann ja nicht nur auf seinem Thron sitzen. Das stimmt. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ein typischer Tag vom Imperator aussah. Wir wissen aber, dass Palpatine sich sowohl in Legends wie auch im Kanon relativ früh in seiner Amtsperiode von der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Das heißt, da hat Mas Amedda im Kanon bzw. in Legends Said Pistache so ziemlich alles geregelt, was der Imperator, also was Palpatine eigentlich hätte regeln sollen in der Öffentlichkeit. Das ließ Palpatine die Zeit, um Strategien zu entwickeln für die Zukunft seines Imperiums und der Galaxis, sich mit hochrangigen Imperialen zu treffen, wie Großmoffs, wie zum Beispiel Tarkin oder mit seinen Großadmirälen und mit denen weitere Pläne zu entwickeln und aber auch, was Palpatine sehr viel gemacht hat, es ließ ihm Zeit, die dunkle Seite zu studieren. Das heißt, nach alten Sith-Artefakten zu suchen und diese vollkommen auseinander zu nehmen und ihr Wissen aus ihnen herauszuziehen. Moritz schreibt, wird es The Mandalorian auch in einer CD-Box geben? Das ist eine Frage, die ich nicht zu 100% beantworten kann. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja auf jeden Fall, da Disney dadurch natürlich noch viel, viel mehr Umsatz generieren kann. Und es natürlich immer Sammler gibt, die sowas gerne haben. Andererseits ist Disney Plus momentan sehr exklusiv. Es gibt es nur in einigen Ländern und bis Disney Plus weltweit rauskommt, wird es noch vermutlich Jahre dauern. Klar, wir in Westeuropa kriegen das schon am 31.03.2020. Osteuropa muss aber noch warten und es gibt noch viele weitere Teile der Welt, die noch länger warten müssen. Und um das weiter exklusiv zu halten, könnte ich mir vorstellen, dass die mit einer CD-Box zu The Mandalorian noch warten. Ich denke, irgendwann in Zukunft wird es das definitiv geben. Aber vielleicht dann erst, wenn die zweite und dritte Staffel draußen ist, so als Kombipack mit mehreren Staffeln zusammen. Vielleicht warten die da wirklich noch zwei, drei Jahre, um den Hype hochzuhalten und die Leute noch näher zu Disney Plus zu bringen. Aber wie gesagt, zu 100% beantworten kann ich es dir nicht, weil da soweit ich weiß noch keine Angaben zugemacht wurden. Sillit203203 schreibt, kannst du deine Jedi Fallen Order Streams hochladen? Ja, wie am Anfang schon gesagt, lade ich die gestückelt hoch. Am Freitag und Samstag habe ich jeweils 4 Stunden gestreamt und jetzt sind am Samstag und am Sonntag schon die ersten beiden Stunden des Streams von Freitag erschienen. Ich hoffe ich schaff's heute noch eine Stunde von dem Freitag Stream hochzuladen und dann gibt's morgen noch auf Star Wars Basis Gaming die letzte Stunde vom Freitag Stream. Und dann wird's die Tage danach den Stream von Samstag gestückelt geben und dann den vom Sonntag und immer so weiter bis wir mit Jedi Fallen Order komplett durch sind. Ennard778 schreibt, wenn die Executor und die Eclipse gegeneinander kämpfen würden, wer würde gewinnen? Definitiv die Eclipse ums kurz zu machen. Um es etwas länger zu erklären ist es einfach so, dass der Superlaser von der Eclipse die Executor mit einem Schuss sofort kaputt schießen kann. Wenn wir jetzt den Superlaser außen vor lassen, weil das unfair ist, weil die Executor keinen hat, ist die Eclipse immer noch wesentlich besser gepanzert und mit mehr Waffen ausgestattet. Und hat halt auch einfach die moderneren Jäger an Bord. Deswegen würde die Eclipse in 9 von 10 Fällen gewinnen. Klar, wenn jemand auf der Eclipse aus Versehen den Selbstzerstörungsknopf drückt oder da irgendwelche ganz unfähigen Leute arbeiten, dann kann auch die Executor das gewinnen, aber ansonsten liegt der Sieg da ganz klar bei der Eclipse. Und dann jetzt wie versprochen die Frage von Tidestil. Hat ein Lichtschwert sowas wie einen Akku und muss man das Lichtschwert auch mal aufladen? PS, super Video. Danke, dass du dir immer so eine Mühe machst. Danke dir fürs Kompliment. Und ja, sowohl im Kanon wie auch in Legends braucht das Lichtschwert sowas wie einen Akku. Im Kanon wissen wir nicht viel darüber. In Legends wissen wir allerdings, dass es eine sogenannte Energiezelle war, die teilweise sogar recht standardmäßig sein konnte. Das konnten Energiezellen sein, die in Blastern verbaut waren, aber auch Energiezellen, die es in irgendwelchen Lampen gab. Also die dafür sorgten, dass es in Räumen Licht gab. Da ein Jedi sein Lichtschwert nicht die ganze Zeit anhaben sollte und sowieso nicht so viel nutzen sollte, sondern er versuchen sollte auf diplomatischem Weg Konflikte zu lösen, sollte so eine Energiezelle auch relativ lange halten. Das heißt nicht nur einen Tag, wie unsere Handys meistens halten, auch nicht nur eine Woche oder einen Monat, sondern mindestens ein Jahr, wenn nicht mehrere Jahre. Und ja, die mussten auch dann irgendwann wieder aufgeladen werden, wenn das Lichtschwert keine Energie mehr hatte. Ich hoffe ich konnte deine Frage damit beantworten. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich nächsten Montag in meinem nächsten Community Video beantworte, haut sie hier unten in die Kommentare. Damit wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. – – – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020